Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein grosser Teil der Konsumentinnen und Konsumenten, die bei uns einkaufen, entscheidet sich für GOP-Exklusiv-Marken. Das heisst, Produkte, die nur bei GOP erhältlich sind. Das ist vor allem bei den Lebensmitteln der Fall, trifft aber immer mehr auch für Non-Food-Artikel oder Textilien zu. Ein Beispiel für diese Entwicklung sind die Norway's Basic Jeans. Diese Jeans für höchste Ansprüche kommen Sie bei uns in den grösseren Verkaufsstellen über und Sie können wählen zwischen den Formen Pampa, Desert und Rock. Norway's Basic Jeans gibt es in Black und Blue Denim und in verschiedenen Grössen. Als GOP-Exklusivität und darum zu einem aussergewöhnlichen Preis. Das Paar kostet nämlich nur 49 Franken. In verschiedenen Trendfarben nur 59 Franken. Und das hat sich auch im Kino herumgesprochen. Trotzdem zahlen Sie für die Norway's Basic Jeans aber nur das erstklassige Design, den perfekten Sitz und den hohen Tragkomfort. Alles andere gibt es schliesslich im Kino. Weiter geht es jetzt mit dem Markenfenster. Heute haben wir zwei völlig verschiedene Produkte, aber beide bringen mehr Schwung ins Leben. Das Leben ist schon hart genug. Machen Sie doch wieder mal einen Schweizeraklet. Das gelingt immer. Wer besonders Wert auf die Gesundheit legt, für den gibt es jetzt den natürlichen Spezialdrink, EMI ActiFit Plus. Ausprobieren lohnt sich. EMI ActiFit Plus, das Getränk mit gesunden Eigenschaften, riecht herrlich erfrischend. Es fördert und stabilisiert Ihre Verdauung, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und aktiviert die natürliche Widerstandskraft. Steigern auch Sie Ihr Wohlbefinden mit EMI ActiFit Plus. Die kleinen 65ml Fläschchen mit einer Tagesportion kommen Sie im praktischen 6er Pack über. Und zwar exklusiv bei GOP. Sie haben unter anderem wenig Kalorien und viel Nahrungsfasern. Vor allem aber wegen Ihrem einzigartigen Geschmack werden die Spargeln jeden Frühling von zahlreichen Feinschmöckerern ganz ungeduldig erwartet. Das feine Gemüse kommen Sie bei uns zum Aktionspreis über. Und Armin Amrain hat auch wieder ein passendes Rezept. Ja, und das wäre heute mal ein Spargelsalat im Blätterteig-Kössi. Grüß euch miteinander. Blätterteig habe ich 3mm dick ausgewallt, in Viereggschnitten, mit Ei bestrichen und gebe sie bei 200 Grad ca. 7 Minuten in den Backofen. Die Spargeln mit einem guten Schäler gründlich schälen. Dann im Salzwasser mit einer Preise Zucker und ein wenig Zitronensaft kochen. Die Spargelände in Stück schneiden und mit Kerbelwinaigrette marinieren. Die Spitzen auch durch die Winaigrette ziehen und auf den Teller sternförmig anordnen. Den Blätterteigboden in die Mitte setzen und mit dem marinierten Spargelstück füllen. Und hier noch schnell die Zusammensetzung dieser Kerbelwinaigrette. Gehackte Kerbel, gehackte Frühlingszwiebeln, 1 Preise Zucker, 2 Esslöffel Bouillon, Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das Rezept für den attraktiven Spargelsalat im Blätterteig-Kössi können Sie übrigens auf der Teletext-Seite 555 oder wer es hat, auf dem Internet nachschauen. Eine Rezeptidee, die sicher auch Ihnen gelingen wird. Die Spargeln dazu kommen aus Spanien und sind wie gesagt jetzt gerade besonders günstig. Das Kilo kostet nämlich nur 9,50 Euro. Mozzarella Galbani im Triopack kostet nur 5,50 Euro. Gartenfreunde offerieren mir Granien Jungpflanzen im Vierer-Set für nur 8,80 Euro. Und dazu gerade noch die passenden Blumenkisten aus Faserzement für 9,50 Euro. Und hier noch der Preisabschlag. Goldstar Lasagne Verdi kostet ab sofort nur 4,90 Euro. Auch im Coop-Restaurant wird weiterhin gesparrt, aber nur beim Preis. Lampkotelette mit Savoyer-Herrtöpfel und Ratatouille kommen Sie dort für unglaubliche 9,90 Euro über. So wie auf diesen Bildern können Sie wenige Wochen auch bei Ihnen zu Hause wieder aussehen. Üppig blühende Granien auf allen Fenstersims und auf dem Balkon, die mit ihrer Vielfalt an Sorten, Blüten und Farben einen prächtigen Anblick bis weit in den Herbst hinein wüten. Wenn Sie Ihre Granien vom letzten Jahr nicht überwinteren konnten, wenn Sie die alten Bestände ersetzen oder ergänzen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit günstig wie noch nie. Junggranien im Vierer-Set offeriert Ihnen unsere Blumenabteilung wie gesagt für nur 8,80 Euro, zum Umtopfen in die Kiste. Auch diese kommen Sie jetzt zum Aktionspreis über für nur 9,50 Euro. Denken Sie beim Umtopfen daran, dass die Granien grösser werden und für eine gesunde Entwicklung genug Platz brauchen. Pro Pflanze rechnet man ca. 5 Liter Erde. In dieser Kiste hat es also Platz für 4-5 Pflanzen. Bei der Erde sollte man übrigens nicht sparen. Granien sind für eine unverbrauchte Erde dankbar und belohnen den Aufwand mit einer reichen Blüte. Wir empfehlen Ihnen darum unsere spezielle Granienerde. Und mit diesem Ausblick in kommenden Sommer bin ich auch schon wieder am Schluss vom heutigen GOB-Studio. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Danke. 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 Danke.